Wirst du schon eingepennt? Kommt wieder. Alles klar. DAW Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von deinem Lieblings-Podcast. Die DAW Versteher melden sich hier aus dem Hansa-Studio des Westmünsterlandes. Die Regie A im Storia Mastery Studio ist wieder gut geheizt und wir sitzen hier. Ich darf zu Gast sein bei meinem Freund, den goldenen Ohren von Holtwig bei Björn Schlüter. Wunderschön, dass du wieder am Start bist. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur neuen Folge, Folge Nummer 66. Ich glaube, ich habe letzte Mal schon 66 gesagt, aber diesmal ist es wirklich die 66. Da gibt doch mal einen aus. Ja, ich kippe hier gleich ein Käffchen aus. Ihr seht schon, also zumindest die Zuschauer bei YouTube sehen es schon. Wir haben ein bisschen was vorbereitet, hier den Gabentisch gefüllt. Und natürlich seht ihr auch was anderes im Bild dazu. Und zu vielen anderen Themen rund um unser beider Tonstudio-Musikerleben gibt es da noch eine ganze Menge. Aber erstmal natürlich einen tosenden Applaus und großen Trommelwirbel für unseren Freund und den vermutlich bekanntesten Recording-Blog-Inhaber, der einen Recording-Blog-Channel bei YouTube führt und Jonas heißt, nämlich Jonas Wagner aus Münster-Wolbeck. Wunderschön, dass du da bist. Ich werde verrückt. Schöner hast du mich noch nie angesagt. Aber falls du tatsächlich, also vielen Dank, ne? Also falls du das erste Mal dabei sein solltest, herzlich willkommen hier in unserer kleinen Kaffeebude, muss ich ja schon fast sagen. Wir trinken mal auf deinem Wohnen. Und ich erkläre dir gleich noch eben kurz nach dem Schlückchen. Wir sind zwei Freunde, die sich regelmäßig unterhalten über Audio-Technik. Ein Mastering-Engineer, ein Mix-Engineer und Edutainer nenne ich mich jetzt einfach mal hier bei YouTube. Also Unterhalter und ihm was Beibringer. Und wir treffen uns sowieso regelmäßig am Telefon und quasseln und haben dann irgendwann entschieden, dass wir einfach einen Podcast zu dem ganzen Thema machen müssen. Heute Folge 66. Und wir werden natürlich auch über Black Friday sprechen. Ich mach mal einen schlechten Wortwitz, weil Black steht hier an der Seite. Wir haben hier jede Menge schwarzen Kaffee auf der Seite stehen. Weil uns die lieben Menschen da draußen regelmäßig Kaffee zu schicken. Wir kommen schon gar nicht mehr mit dem Kaffee trinken hinterher. Ich hab noch einen. Black Friday, I'm in love. Oh Gott, ja? Okay, alles klar. Damit ist das Thema schon mal voll. Wer weiß, was heute... Ach nee, das wissen die Leute ja schon. Das wissen die Leute ja schon. Wahnsinn. Für die Leute, die es nicht wissen. Wir werden natürlich später noch einen Song besprechen in unserer Kategorie. Song des Monats. Genau. Ja, genau. Und Black Friday, um den schlechten Wortwitz noch eben zu Ende zu bringen. Wir haben hier Kaffee geschenkt bekommen tatsächlich, der hier auch steht. Und ich habe eine Karte bekommen, die ich mal kurz vorlesen möchte. Für alle, die natürlich nicht sehen, dass ich eine Karte in der Hand habe. Hier steht drin, hallo ihr beiden Café-Sommeliers. Hier ein kleiner kulinarischer Gruß aus Mettmann bei Düsseldorf. Es hat mich gefreut, euch auf der Studioszene einmal persönlich kennenlernen zu dürfen. Abschließend noch ein Dank für den tollen Content, den ihr hier für die Community bereithaltet. Macht weiter so. Der Mann mit dem festen Händedruck. Gruß zurück an den festen Händedruck. Meine Hand geht auch so langsam wieder. Ich kann wieder Gitarre spielen. Das war wirklich enorm. Genau. Und wir haben hier zweimal tollen Kaffee stehen. Deswegen vielen Dank nochmal für die Kaffeespenden, die wir hier tatsächlich bekommen haben. Großartig. Und falls du dich fragen solltest, auch da wäre ein kleiner Zusammenhang zu Black auf jeden Fall angelegt, was für Mikrofone stehen denn dieses Mal vor der Nase von denen. Also du, wenn du uns zuhörst, siehst du das nicht. Aber die Leute, die uns sehen, werden sehen, dass hier ein Klassiker aufgebaut ist. Nämlich das MD441 von Sennheiser, der Klassiker unter den Sprachmikrofonen und auch heute noch wirklich für furchtbar viel Geld neu zu kaufen tatsächlich, weil dieses Mikrofon einfach nicht kaputt zu kriegen ist. Ich habe es in zwei alten Varianten. Die Variante von Björn hat einen Kleintuchelanschluss und meine neue Einschaffung, muss man schon fast sagen, die ich jetzt gerade getätigt habe für den Podcast, Neuerrungenschaft, die hat einen Großtuchelanschluss. Einziger Unterschied zwischen den beiden ist, dass du noch eine Klangregelung dran hast, die einen regelbaren Low-Cut-Filter dazu schaltet und die ist beim Großtuchel-Version, ist sie noch nicht dabei oder nicht dabei. Ich glaube, die ursprüngliche, ich glaube, diese hier ist noch älter. Ich müsste mal die sehen. Ich meine Großtuchel, das ist wie bei den 421ern, die ich habe. 421N war ja, glaube ich, tatsächlich die mit älteste Variante dann, die mit dem Großtuchelanschluss. Aber mittlerweile kann man das auch nicht mehr sagen, weil es wurden ja unzählige, gerade von den 441ern und 421ern auch nachträglich umgebaut. Stimmt, ja. In sehr, sehr vielen Rundfunkstudios zum Beispiel, die dann irgendwann gesagt haben, Großtuchel, da sehen wir keine Zukunft. Kleintuchel ist jetzt der Shit. Also wurde alles auf Kleintuchel umgebaut und ich habe auch schon tatsächlich 421N in der Hand gehabt mit XLR, die dann irgendwann auch auf XLR umgerüstet wurde. Genau, da gibt es auch einen Umrüstsatz immer noch zu kaufen tatsächlich bei Thomann, den man dann umbaut. Ich habe schon überlegt, ob ich das tatsächlich mal machen sollte, aber letztendlich funktioniert ja. Wir haben ja die Kabel, von daher brauchen wir die Umbau. Ich muss sagen, also letzten Endes funktioniert das eigentlich ganz entspannt. Wenn du die Kabel sowieso schon hast, dann kannst du die einfach benutzen. Genau, und da auch wieder der Aufruf natürlich an die Community, schreibt mal, wie euch der Sound gefällt, von diesem Mikrofon. Letztes Mal haben wir MD421 gehabt, diesmal haben wir MD441 und ich werde noch beim nächsten Mal experimentieren, ob wir vielleicht doch noch einen Popfilter davor machen, einen aus Metall, einen kleinen Schirm. Der ist optisch minimalinvasiv, aber der hält vielleicht noch ein bisschen mehr die F- und P-Laute fern, werden wir mal sehen in der Nachbearbeitung, das werden wir aber nach der Aufzeichnung hier bewerten und dazu wahrscheinlich im nächsten Podcast dann nochmal berichten. Ja, ich sag mal, das ist natürlich anders als bei den, ich meine, wir hatten vorher Kugeln oder, das ist ja immer noch eine Option, dass wir die benutzen. Die Headsets, ja genau. Die Headsets, das sind Kugeln, die sind an der Seite, das heißt, die bekommen von Luft und irgendwelchen ähnlichen Sachen, Ploppgeräuschen kriegen die nichts mit, weil die eben an der Seite stattfinden und was ja ganz interessant ist, viele haben ja auch geschrieben, es ist jetzt viel dynamischer als vorher. Das können wir rein faktisch widerlegen. Weil der letzte Podcast sechs LOFS oder Loudness Units Dynamic Range hatte. Genau, also die dynamische Range war ziemlich identisch mit dem. Meine hatte fünf, genau. Genau, aber das Problem ist natürlich, dass bei so einem dynamischen Mikrofon, erstens mal sind das Nieren, beziehungsweise das sind sogar Super Nieren. Das ist Super Nieren, ja genau. Genau, das heißt, alleine schon die Klangveränderung, nicht die Lautstärkeveränderung, bei minimal nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, nach vorne, nach hinten, ist immens. Das heißt, du nimmst das vielleicht zwischendurch als weniger voll oder so wahr vom Sound her oder weniger präsent. Das heißt, das, was die meisten Leute wahrgenommen haben als Dynamik, war keine Dynamik, sondern einfach nur eine klangliche Veränderung. Bei einer Kugel, die halt immer an der gleichen Stelle ist, ob ich mich nach links oder rechts drehe, gibt es halt keine klangliche Veränderung. Das fand ich ja so sexy auch an der Kugel und finde ich auch nach wie vor so sexy, dass du einfach, egal wo du den Knopf Kopf hindrehst, dass du immer den gleichen Sound hast. Auf der anderen Seite sind diese Mikrofone einfach, also ich meine, Podcast braucht halt, die klassischen Podcasts haben ein SM7B vor der Nase stehen und das MD441 ist meines Erachtens nach eins der selten eingesetzten Mikrofone. Aber ich finde, es ist klanglich auf einem deutlich höheren Niveau als das SM7B. Ich mag das wirklich viel, viel lieber. Ich habe neulich auch nochmal drüber eingesungen, also tatsächlich den Großmembraner zur Seite gestellt und das MD441 genommen, weil das einfach so einen tollen Klang hat. Hat's auch. Und da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Deswegen kostet es auch heute tatsächlich, wenn ihr bei Thomann mal reingeht, kostet es immer noch über 1000 Euro, wenn du es neu kaufen willst. Das ist dann das MD441U, was dafür steht, dass es einen XLR-Anschluss hat. Ja, und ich weiß nicht, ob die dann auch heutzutage mehr Output haben oder so. Also da kommt schon relativ wenig Dampf raus, also im Idealfall hat man natürlich noch einen kleinen Aufholverstärker oder zumindest einen Preamp, der das kann. Genau, also wir haben hier halt jetzt einen Preamp dran, der zwei Verstärkerstufen hat pro Kanal, also eine Röhrenstufe und eine Klinikstufe sozusagen. Deswegen geht das damit schon problemlos, sage ich jetzt mal, ohne großes Rauschen. Und hoffentlich, das wird wohl klappen. Aber ich fand auch den Sound beim letzten Mal okay oder auch gut. Also nicht nur für solche alten Mikrofone, sondern überhaupt dafür, dass es dynamische Mikrofone sind. Die haben heute immer noch ihren Grund. Ja, und wir hatten jetzt natürlich, heute haben wir ja auch so einen Windschutz drauf hier sozusagen, der natürlich auch leicht als Popschutz natürlich agiert. so viel, wie das eben möglich ist für so ein Stück Stammstoff. Wenn ich übrigens auch brandneu bei Thomann gekauft habe. Total lieb, dankeschön. Also nicht nur lieb, ich habe mich gewundert, dass es den auch brandneu gibt. Ich fände es gut, wenn wir hier noch so, weißt du, so wie die Fernsehsender dann ihre Sachen drauf gravieren. Ach so ein Aufdruck, ja, super Idee. Weißt du, Björn, Jonas, vielleicht oder wenn du einen anderen Namen. Ja, bei dir würde ich draufschreiben, super Björn und bei mir top Jonas oder so. Wenn es drauf passt. Okay, das hatten wir letzte Woche oder letztes Mal nicht bei den MD421 und das war, glaube ich, für mich das größte Problem, was du natürlich auch in der Postproduktion sehr, sehr wenig nur beeinflussen kannst. Also klar, ich habe wirklich sehr viel händisch geschnitten, manuell, aber das ist halt bei einer Stunde Podcast irgendwann auch schwierig. Vor allem, wenn du das alle zwei Wochen machst oder sogar jede Woche. Ja, genau, deswegen muss man da irgendwann mal schauen, was man da macht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich witzigerweise, und das habe ich ja gerade auch schon zu dir gesagt, ich glaube, dass natürlich viel auch getriggert ist dadurch, was man sieht und dass man dann besonders drauf achtet, wie man etwas anders wahrnimmt. Und wie du auch schon richtig gesagt hast und wie wir ja immer predigen bei Audio, du müsstest halt wirklich eigentlich umschalten. Wir müssten hier das Headset jetzt dran haben, hier das Mikro stehen und dann schalten wir in der Postproduktion einmal A, B zwischen den beiden Mikrofonen. Dann kannst du wirklich wahrnehmen, ob es, was wirklich die klanglichen Veränderungen sind. Weil ich habe auch mit Leuten gesprochen, die sagten, ja manchmal höre ich die auf Airpods, manchmal höre ich das im Studio und so. Aber die Kugel, die klang schon voller. Rein physikalisch nicht möglich, dass die Kugel voller klingt. Und wenn ihr die Frequenzkurven unserer beiden Stimmen mal übereinander legen würdet, würdet ihr sagen, ne, also da ist hier unterhalb von 500 Hertz deutlich mehr los als bei den Kugeln. Rein schon, ja, formbedingt. Ja, wir haben hier dynamische Mikrofone mit Nierencharakteristik und Nahbesprechungseffekt. Und eine Kugel hat alles, aber keinen Nahbesprechungseffekt. Richtig. Deswegen, also voller können die Headset auf jeden Fall nicht klingen. Das geht nicht, aber sie klingen natürlich deutlich konstanter. Das ist der Unterschied. Ich meine, wir können ja weiter experimentieren, wie wir lustig sind. Es hatte ja gerade den Vorteil, ich musste mich gerade räuspern und konnte da den Mund vom Mikrofon wegnehmen und mich räuspern, weil wir haben ja keine Räusper-Taste. Und das geht bei der Kugel nicht. Da muss ich immer darauf achten, dass ich, wenn ich mich räusper, dass ich das dann im Zweifel hinterher in der Post tatsächlich rausschneide oder sonst wie so. Genau, und dann hoffen, dass es auf meinem Mikrofon nicht allzu laut drauf ist, weil natürlich das Übersprechen, das haben ja auch schon viele geschrieben, dass das Übersprechen mit sich ja deutlich besser ist. Ja. Um Längen. Also um Welten. Um Längen. Also bei den Kugeln konnte ich teilweise, also auch zur Klarstellung, die letzte Folge und auch ab jetzt mischt Björn die Folgen in seiner DAW. Ich habe bis Folge 65 gemischt. Und da war es tatsächlich so, dass mein Gate nicht mehr differenzieren konnte, wer jetzt gerade spricht. Weil wenn ich leise spreche und du lauter, ist der Pegel fast der gleiche gewesen auf der Kugel. Da war mit Gate nichts mehr zu machen. Also da musste ich schon echt tricksen. Ja, das ist schwierig, das irgendwie so hin und her zu schieben nachher mit gegenseitigem Ducking und was da alles gibt. Ich meine, wir reden immer darüber, was es da alles für tolle Möglichkeiten gibt und für Techniken. Am Ende ist es halt einfach auch eine zeitliche Komponente. Also du kannst natürlich einfach, ganz einfach hergehen. Die einfachste Variante ist, du hörst dir das komplett durch und wenn du redest, ist meine Spur gemutet oder geschnitten oder ausgefaded oder wie auch immer und umgekehrt. Das kannst du natürlich machen. Das ist die beste, mit Abstand, beste Lösung. Wenn du die Zeit hast. Wenn du die Zeit hast. Der Vorteil ist, es passieren keine Fehler, außer du machst aktiv einen Fehler. Richtig. Wenn du aktiv jetzt, also wenn ich jetzt mein eigenes gesprochenes Wort mute, habe ich das aktiv verbockt, dann bin ich der Idiot. Bei dem Gate kann ich natürlich nicht sagen, was verschluckt da vielleicht bei 57 Minuten und 23 Sekunden, wenn ich es dann nicht nochmal komplett Kontroll höre. Ja, man muss da tatsächlich sich auch Workflows zurechtlegen. Podcast ist jetzt natürlich nochmal eine Spezialgeschichte. Viele Podcasts werden ja remote aufgezeichnet. Da gibt es einfach das Problem mit dem Übersprechen nicht, weil sich beide Partner einfach nicht gegenüber sitzen. Du hast zwei getrennte Audiospuren und beide sind clean. Da ist es egal. Wenn man sich nebeneinander sitzt, dann sind natürlich die dynamischen, vor allem die Nierenmikrofone schon mal besser als die Kugeln, die wir vorher aufgehabt haben. Aber ich habe es zum Beispiel so, wenn ich meine großen Mix-Tutorials aufzeichne zu Hause, dann habe ich, am liebsten mache ich das nicht mit Kopfhörern, sondern mit Lautsprechern. Das heißt also, wenn ich dann quasi mein großes 2-, 3-, 4-stündiges Mix-Tutorial aufnehme, nehme ich natürlich meine Stimme auf und habe dann immer das Übersprechen aus den Lautsprechern in meinem Mikrofon, wenn ich was gerade höre. Und das muss ich natürlich alles händisch rausschneiden. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass ich bis vor kurzem natürlich an so einem 4-Stunden-Track lange gesessen habe, weil ich musste jedes Mal, wenn ich die Musik abgespielt habe, das freischneiden. Und habe mir jetzt mittlerweile einen Workflow zurechtgelegt, der, und das ist sehr geil, weil das in Studio One tatsächlich geht, du kannst nämlich auch Plugins auf die Input-Kanäle legen. Und bei Studio One ist es auch so, du kannst für den gleichen Input auch zwei gleiche Input-Kanäle machen. Also Input 5 und 6 sind beide fürs gleiche Mikrofon freigeschaltet. Und dann habe ich mir jetzt auf den zweiten Input, habe ich mir einen Kompressor gelegt, der per Sidechain immer komprimiert, wenn ich die Musik starte. Das heißt, wenn Musik reinkommt, duckt die quasi mein Mikrofon raus und ich habe dann auf dieser zweiten Spur, die ich aufnehme, habe ich dann immer nichts. Jetzt passiert es aber hin und wieder, dass ich zwischendurch rede, während die Musik läuft. Und dafür habe ich dann die Spur, die dann halt trotzdem alles aufnimmt und bin jetzt aber innerhalb von 20 Minuten spätestens, habe ich einen 4-Stunden-Track durcheditiert, einfach durch diesen Schritt. Und ich hatte lange überlegt, ob es dafür ein Gerät gibt, weißt du, was dann per MIDI dafür sorgt, sobald ich bei der DAW auf Start drücke, dass das Mikrofon gestoppt wird, so ein Auto-Talkback-Stop, sowas irgendwie. Gibt es ja. Was der Vincent zum Beispiel auch benutzt. Genau, gibt es ja. Einziges Problem, wenn ich währenddessen reden will, ist das Mikro aus. Kann ich also nicht reden. Deswegen ging diese Lösung nicht für mich. Und dann saß ich irgendwann, ich glaube, ich war wie so oft morgens beim Zähneputzen, gucke ich in den Spiegel, bin mit meinen Gedanken, sonst wo irgendwie vielleicht bei diesem Problem und denke so, Moment mal, wenn ich einen Sidechain-gesteuerten Kompressor auf einen parallelen Inputkanal lege, müsste das doch funktionieren? Und dann ohne Frühstück, ohne Kaffee, ohne alles direkt ins Studio rein, direkt angemacht, ausprobiert, ja, ich, I am invincible. Dann ist der flüssige Stickstoff-Tank geplatzt und ich bin zu Eis geworden. Zack, direkt Apple an der Börse abgelöst. Ja, so ungefähr, ne, aber manchmal muss man ja einfach nur Hirnschmalz reinstecken in so ein Ding und ich hab wirklich, wirklich fast vier Jahre lang die Tracks händisch durcheditiert, jede Kleinigkeit und dann im Videoschnitt stelle ich fest, ah scheiße, mein Mund bewegt sich, aber man hört nix, dann wieder zurück in die Session, den Teil suchen, freischneiden, nochmal reinziehen und so weiter und so fort. Sehr, sehr nervig, aber erledigt. Ich bin ja auch so ein, äh, lieber händisch, ähm, etwas gut machen und auch sicher davon ausgehen, dass es funktioniert, ne, also ich setz mich auch lieber einmal hin und editier manuell Esslaute oder editier manuell Atmer, also wir reden natürlich über Musik, über dreieinhalb Minuten, so, ne, keine Frage, aber auch, ähm, Podcast, Hörbuch, ich höre es tatsächlich lieber einmal durch, ich mein, das ist natürlich nachher jetzt im Kundenauftrag ne, ne, ne reine Geldfrage. Ja. Soll ich ein, äh, ähm, ein klangliches und dynamisches Profil für eine Stimme erstellen, äh, die neun Stunden Buch liest, so, das ist was anderes als, hör bitte neun Stunden Hörbuch durch, ja, auch auf Schnittfehler, äh, oder, ähm, Anschlussfehler, sonst was irgendwie können, ja, ja. Ähm, wo man dann auch nochmal sagt, okay, man kann dann manuell mit Clipgaden oder so noch viel ausgleichen, auch wenn es irgendwie leise Passagen gibt oder laute Momente oder so, äh, das, alles, alles klar, aber das eine kostet mich ungefähr neunmal, boah, zweieinhalb Stunden, also bis du irgendwie 18, 20 Stunden sitzt du da dran und das andere kostet mich im Zweifel eine Stunde. Ja. So, das ist eine reine Kostenfrage und beim Podcast genauso. Ich bin dann lieber jemand, der, der es durchhört und sagt, okay, ich hab das, ähm, gemutet oder hab einfach geschnitten, äh, wenn der andere gesprochen hat oder sowas, das ist mir dann lieber, wir reden ja auch vom Kundenauftrag jetzt, weil ich muss natürlich davon, ich muss natürlich sagen, wenn ich jetzt, äh, den Auftrag bekomme und, äh, liefere das ab, dann muss ich ja zu 100% auch sicherstellen, dass es funktioniert. Ansonsten mach ich den Job ja nicht. Wenn das der Auftrag ist, ja. Ja, ja, aber ich mach den Job nicht, du, ich schick dir mal kurz ne Aufnahme, kannst du mal 5 Minuten ein EQ und zwei Kompressoren drauf machen, ähm, mach ich nicht, ähm, hab ich auch noch nie gemacht, weil ich gesagt hab, ja, und was ist, wenn das aber nach 35 Minuten nicht mehr passt und du veröffentlichst das nachher, äh, nee, steht mein Name drauf, möchte ich nicht. Ja, ja, klar. So, ganz einfaches Ding, ob mir dadurch vielleicht, äh, 10, 25, 30, 100 Aufträge durchgegangen sind in meinem Leben, mit Sicherheit, äh, aber ich möchte halt einfach nicht, dass Leute versuchen, den Umweg zu nehmen, äh, nicht den Umweg, Entschuldigung, die, die Abkürzung zu nehmen, ähm, weil die Qualität, letzten Endes, sind die Leute ja auch eine gewisse Qualität gewohnt. Da reden wir jetzt nicht über Kugel-Headsets versus dynamische Mikrofone, sondern einfach, also, ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ja, irgendwie, ich kann mir das und den und den YouTuber nicht angucken, weil der Sound ist so scheiße. Und da reden wir jetzt ja nicht drüber, oh, der hat aber bei 3K ein bisschen viel drin, sondern da reden wir da drüber, der steht irgendwie mit irgendeinem 29-Euro-Lavalier-Mikrofon in, keine Ahnung, in einer Halle. Ja, in einer Werkstatt oder so und erklärt irgendwas. Und im Hintergrund läuft die Drehbank, ganz genau. Ja, das geht ja noch, ich gucke hin und wieder mit meinem Sohn, gucke ich zusammen, ähm, Domtendo, der Typ heißt Dominik und der spielt Nintendo-Spiele, deswegen heißt der Kanal Domtendo und, äh, und der flippt zwischendurch volle Pulle aus, der hat ein SM7 vor der Nase stehen und wenn der komplett ausflippt, dann übersteuert alles. Also da würde auch nie irgendein Limiter funktionieren, geschweige denn, dass er einen drauf hätte. Was mich bei dem hin und wieder wahnsinnig macht, ist, der hat keinen Low-Cut drauf. Das heißt, wenn wir im Wohnzimmer gucken und wir haben die dicken Boxen an, dann springen mir die Boxen durch die Gegend, da werde ich wahnsinnig bei, ja, guck mal, wieder kein Low-Cut draufgepackt, so nach dem Motto, ne, wo du denkst so, okay, alles klar, du hast doch jetzt schon 885 Videos veröffentlicht, irgendwie, da muss es doch mal möglich sein, Low-Cut reinzunehmen, geschenkt irgendwie. Eine Funktion, die mir da tatsächlich fehlt in der DAW ist, und die habe ich dann im Videoschnitt, weil ich natürlich trotzdem inhaltlich durchgucke, mehr oder weniger, ne, vor allem die langen Dinger, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, wir haben im Premium-Bereich, haben wir die Mixbar zum Beispiel. Jeden dritten Freitag treffen wir uns und dann treffen wir uns zwei Stunden lang und quasseln miteinander. Und ich gucke die Mixbar dann in der Nachbearbeitung für den Replay, also für die Leute, die nicht live dabei sein können, wird das dann nochmal veröffentlicht und so weiter. Dafür muss ich das halt von vorne bis hinten durchgucken, je nachdem, auf welche Kameraperspektive und so weiter. Und das kann ich in doppeltem Tempo gucken. Das heißt, wenn ich in Final Cut doppeltes Tempo klicke, dann kann ich eben in doppeltem Tempo durchgucken, gleichzeitig zuhören, brauche aber für zwei Stunden Material nur eine Stunde zum Durchhören grundsätzlich. Und das fehlt mir in den DAWs so ein bisschen, wenn ich einfach nur inhaltlich durchhören will, dass ich doppeltes Tempo bei der Abspielgeschwindigkeit machen kann. Mit gewissen Tricks kannst du es natürlich machen, aber... Ja gut, aber ich will ja nicht Timestretchen oder sonst was eben, ne. Also ich will einfach nur doppeltes Tempo hören und das ist eine Funktion, die mir tatsächlich, ich weiß nicht, ob es eine DAW da draußen gibt, falls du das weißt, schreib es mal rein, weil das würde mir persönlich sehr helfen. Ich weiß nicht, ob Reapers... Die dann die Abspielgeschwindigkeit verdoppeln... Verdoppeln, halbieren, auf die 28. Nachkommastelle... Geschenkt. Also falls es da eine Möglichkeit gibt, auch in Studio One, Cubase, Logic oder Reaper oder sonst was irgendwie... Also ich kenne einen Plugin, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Da kannst du wirklich genau bis auf die, weiß ich nicht, wievielze Nachkommastelle eingeben, dass du das Tempo mal 1,04 machen willst, einfach um auch auszutesten, wie klingt der Song, wenn er schneller ist. Bisschen schneller oder ein bisschen langsamer ist. Damit kannst du auch spielen, damit kannst du auch leichte Automation auf Audio-Material nachher machen. Zum Beispiel. Das ist aber, glaube ich, auch so ein Ding, was eher so ein bisschen aus der elektronischen Musik beziehungsweise aus dem DJ-Bereich, glaube ich, kommt. Aber ich wette, einer unserer fachlich begabten ZuhörerInnen wird uns dann mit Sicherheit helfen können, wie das Plugin heißt. In dem Zusammenhang, ich habe mich ja vor zwei Folgen über das Update von Studio One 7 lustig gemacht und in der letzten Folge über das Update von Cubase lustig gemacht, wo ich auch genügend Shell dafür bekommen habe. Danach ist ein Update für Logic rausgekommen. Also um die Reihe jetzt voll zu machen und mir auch den letzten Basher noch reinzuholen, der mir irgendwie vorwirft, ich wäre respektlos gegenüber einer sonst wie irgendwie religiös verklärten DAW. Logic ist jetzt auch rausgekommen, das neue Update 11.0 oder 11.1 oder so. Und auch in Logic gab es Dinge, die einfach nicht nachzuvollziehen waren, dass sie in Version 11 immer noch nicht da waren oder in 10. Jetzt im neuen Update haben sie es endlich geschafft. Sitzt du. Man kann in Logic jetzt, mein Logic ist schlecht und alle anderen lachen mich aus, man kann in Logic jetzt, wenn man ein Plugin reinladen will, in eine Suchmaske den Namen eingeben. Wahnsinn. Und dann sucht es, ja. Siehst du, ich wusste, dass genau das passiert, weil es ist so banal und Apple hat es einfach nicht hingekriegt über 25 Jahre, das irgendwie umso, wo man sagt, warum, das kann doch nicht euer Ernst sein. Aber ging das nicht irgendwie mit einem Drittanbieter-Packen oder so? Ja, mit einem Plugin, was ich für 50 Euro gekauft habe und nie funktioniert hat. So eine Schiete irgendwie. Und was mich auch noch in meinem System genervt hat und ständig Update-Forderungen und was nicht alles. Das ist mir richtig auf den Sack gegangen, habe ich wieder rausgeschmissen. Das Geld hätte ich auch bei uns in Coeswell in die Berge reinwerfen können. Das ist ein kleines Flüsschen, da wäre es auch weg gewesen. Aber jetzt kann man in Logic sogar, kann man Kanäle im Mischer anfassen, etwas länger halten und dann frei verschieben, so wie man lustig ist. Ja, jetzt guckst du mich schon wieder so an. Wieder so eine Banalität, wo man sagt, ey, das ging nicht. Das geht doch in jeder DRW. Nein, in Logic ging das nicht. Bis vor kurzem musste man händisch aus einem Track erst einen Arranger-Track machen und dann konnte man den frei, also total bescheuert. Interessanterweise, die Grundfunktion ist genau dieser Workaround. Also das hat Apple jetzt genau so umgesetzt, ist auch egal. Man kann auf jeden Fall jetzt Kanäle und Busse einfach nehmen und sie dahin schieben, wo man sie super findet. Ich bin absolut begeistert. Ich bin auch total begeistert, aber das zeigt mal wieder, schon wieder so eine Belanglosigkeit. Warum muss ich mich darüber freuen? Warum ist das nicht selbstverständlich, dass das von vornherein ist? Ja, aber vielleicht ist das Leuten, die zum Beispiel nur in ihrem ganzen Leben mit Logic gearbeitet haben, nie aufgefallen. 100 Pro ist denen das aufgefallen. Natürlich, wenn du einen Bus nicht dahin schieben kannst, wo du lustig bist. Guck mal, in Logic, wenn ich meine Busse anlege, wurden die chronologisch an die Seite gepackt. So, das heißt, wenn ich einen Drumbus erstellt habe, aber nicht am Anfang, ich habe gerne das chronologisch sortiert. Ich habe gerne meine Drums, Bass, Gitarren, Keyboards, Vocals, Hall und so weiter immer in der gleichen Reihenfolge. Habe ich gerne, so. Und wenn du die jetzt aber nicht chronologisch in der Reihenfolge angelegt hast, waren die Kreuz und Rüben. Das heißt, du musst jetzt mal gucken, welche Farbe, wie, wo, alles durcheinander. Habe ich gerne sortiert. So, ging aber bisher nicht. Jetzt geht's. So, jetzt kann ich endlich aufräumen mit meinen Sessions. Das habe ich auch letztens gemacht, weil ich habe ja gerade bei mir im Premium-Bereich die Reihe Betreutes Mischen, wo ich jede Woche in einer anderen DAW einen Song mische. Diese Woche habe ich in Logic gemischt und habe mich gefreut wie ein Schneekönig, dass diese Banalitäten jetzt plötzlich funktionieren. Und ich kann mich aber deswegen freuen, weil das ist das einzige Update, was mich kein extra Geld gekostet hat. Weil die Logic-Updates sind kostenlos. Bei Logic der große Vorteil, ne? Zumindest bis jetzt. Ich weiß nicht, ob die das mal irgendwann umstellen, aber bis jetzt. Ich weiß ja nicht, aber immerhin Version 11.irgendwas jetzt. Und die haben einen Höllen-Hall eingebaut. Okay. Also ich bin ja eigentlich kein großer Fan von, ich brauche 200 verschiedene Hall-Plugins. Vor allem, weil Open-Air vorher schon gut war. Das Plug-In mit dem, die ihre i-Airs da reingefahren haben. Das ist aber Studio One. Oder Open-Air, nee, das heißt nicht Open-Air, es heißt anders. Fällt mir gleich wieder ein. Open-Air stimmt, Open-Air ist Studio One, siehst du mal, ne? Und Space Designer, so heißt es so. Und jetzt haben die da so ein neues Ding eingebaut, von dem ich den Namen mir nicht merken kann, weil er so kompliziert ist. QR, irgendwas mit Quantum oder sonst was irgendwie. Aber es klingt super. Draufgepackt, Preset draufgepackt, gut. Ja, dann brauche ich ja jetzt nichts mehr machen. Dann schiebe ich den Fader hoch, lasse ich so, ne? Hast du auch schon den Pro Tools gemischt? Äh, ich... Dann könnte ich den Geschäftskontakt noch herstellen. Ja, pass auf, also ich habe, ähm, ich habe ja regelmäßig im Recording-Blog im Premium-Bereich haben wir Songs zum Selbermischen. Und das sind nicht immer Songs, die ich selber mische, sondern ich habe auch manchmal Songs, die mit Session angeliefert werden. Und da haben wir vor zwei Jahren haben wir von Tom Cridland aus Amerika, habe ich einen Song extra gekauft sogar, von dem Mischer dann auch und von dem Künstler, damit ich die im Premium-Bereich zur Verfügung stellen kann, gegen Geld. Und habe dann eben blöderweise eine Pro Tools Session bekommen. So, jetzt wollte ich aber gerne über diesen Song reden, also habe ich mir Pro Tools besorgt, geht ja mittlerweile im Abo, wenn du es nur einen Monat brauchst, dann brauchst du auch nur einen Monat bezahlen. Ich habe es nicht ans Laufen gekriegt. Es war nicht, ich bin wirklich technisch nicht unbedarft, ich habe es nicht geschafft, einen Ton da rauszukriegen, obwohl die Session komplett fertig war. Und auch, ich habe mich bei Q-Ware am Anfang auch ein bisschen doof angestellt, bis ich gesehen habe, dass man da in einem Audio-Bereich noch verschiedene andere Stellschrauben hat, wo man was einstellen kann. Du musst ja die Ausgänge uns so richtig zuweisen und sowas. Oh, ich habe da vorgesessen und habe dann irgendwann gedacht, ey, wisst ihr was, weg damit. Dafür ist mir mein Leben zu kurz, dass ich mich mit so einem Blödsinn, mit so einem professionellen Werkzeug, Pro Tools heißt ja übersetzt, glaube ich, professionelles Werkzeug. Das muss man wollen und gerne. Jeder Pro Tools User, der meint, er müsste mich jetzt bashen, haut drauf, ich nehme alles irgendwie, das puffer ich locker weg. Bei Q-Base habe ich noch, da schlägt noch mein Herz mit, weil ich damit gerne arbeite. Wenn man mich da basht, dann trifft mich das. Aber bei Pro Tools, ey, das ist sowas von 1990er, dieses Programm, das ist ohne Wort, selbst Audacity ist mittlerweile, glaube ich, moderner zu bedienen. Gott, nee, das hätte ich jetzt besser nicht sagen sollen. Also Hintergrund war der, warum ich jetzt so gefragt habe, ich habe eine Anfrage bekommen, ich fülle das mal nicht näher aus und da ging es darum, dass ich dann die Session oder eben das, was dann erarbeitet wird, um nicht zu viel zu verraten, als Pro Tools Session bitte dann an den Kunden, beziehungsweise genau, an die Weiterverarbeitung geschickt werden soll. Und da habe ich gesagt, ja, was für eine Pro Tools Session? Ja, arbeiten Sie nicht mehr Pro Tools? Ich dachte, Sie hätten ein professionelles Studio. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, bei Pro Tools hat es ja noch nicht mal für das Wort Professional gereicht, in der Darstellung des Namens. Ich sage, meine DAW heißt sogar Professional, Studio One Professional. Ja, aber das ist ja auch ein weiterer Grund, weswegen du eigentlich ein professionelles Studio bist und ich zum Beispiel nicht, weil du hast Lautsprecher mit weißen Pappen und ich nicht. Ja, aber ich habe keine Lavalampe. Die habe ich wiederum. Ja. Die ist super. Ja, wenn wir uns zusammentun, dann können wir ein Studio machen. Dann läuft das. Ich habe auch keine Couch, nichts. Also Leute, kommt mich auf keinen Fall besuchen. Das ist total ungemütlich hier. Ja, total, deswegen bin ich auch so ungern hier vor allem. Aber ich kann noch ein weiteres Update aus meinem Studio erzählen, also nicht nur dieses MD441, in das ich jetzt gerade reinspreche, sehr stolz und mich freue, dass es funktioniert für den schmalen Portaler, den ich dafür bezahlt habe. Ich habe tatsächlich, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, vorletzte Woche schon drüber gesprochen, dass wir es getan haben. Du hast einen Kopfhörer gekauft und ich habe einen neuen Computer gekauft. Und mein Computer ist schon da. Und angeschlossen. Ja, du hast deinen Computer ja auch nicht da bestellt, wo ich die Kopfhörer bestellt habe. Ne, tatsächlich ist mein Computer aus Shenzhen gekommen. Habe ich das letztes Mal erzählt, wo ich den Kopfhörer gekauft habe? Ja, hast du. Nicht, dass ich wieder Hate kriege. Nein, nein, kannst ruhig erzählen, dass dieses Kölner Musikhaus sehr interessante Versandpraktiken hat. Ja, also Mac Mini, erzähl mal. Also Mac Mini. Tatsächlich, ich wusste gar nicht, dass die tatsächlich dann wirklich händisch aus Shenzhen, aus China geschickt werden und dann kannst du quasi die Versandroute verfolgen, dann kommt das Ding aus Shenzhen nach Hongkong, von Hongkong nach Bahrain, von Bahrain rüber nach, weiß ich nicht, Dubai, von Dubai nach Frankfurt, Frankfurt, ne Leipzig, nicht in Deutschland, dann in Leipzig, Leipzig dann nach Greven, was bei mir um die Ecke ist und von Greven aus dann zu mir, innerhalb von vier Tagen. Was? Ja, vier Tage war das Ding bei mir. Also ab dem Zeitpunkt, wo die gesagt haben, er ist hergestellt und verpackt und an die Post übergeben. Vier Tage, inklusive Zoll. Hast du das direkt bei Apple bestellt? Ja. Okay. Also Apple schickt dann, weil die ja händisch gefertigt werden, du gibst ja eine Konfiguration vor, die du haben willst und dann werden die entsprechend die Geräte so zusammengestellt. Dann habe ich festgestellt, die haben beim Mac Mini tatsächlich austauschbare Festplatten reingebaut, die zwar nur mit Apple-Festplatten funktionieren, Logo, aber zumindest ist es ein Steckkärtchen und es gibt jetzt schon, ich weiß ja, ich bin ja professioneller DIYler, es gibt jede Menge Leute schon, diese Speicherchips einfach rauslöten und neue wieder reinlöten und dann irgendwie aus einem 256 Gigabyte Rechner einen 8 Terabyte Rechner machen, in dem sie aber den Chip austauschen. Also natürlich nicht einfach, weil da brauchst du einen Heißluftlötkolben dafür irgendwie und Gefühl. Ja, vor allem auch mit ohne Garantie dann. Natürlich mit ohne Garantie, aber natürlich kannst du dir die Uhr danach stellen, wie rucki zucki plötzlich dann die Drittanbieter um die Ecke kommen und sagen, okay, alles klar, ich löte dir die auch selber um. Und dann kannst du 8 Terabyte eben nicht für 2700 Euro kaufen, sondern für 800 oder so, keine Ahnung. Gibt's auch schon. Tatsächlich ein Franzose, der das schon macht. Aber das noch am Rande. Ja, der Mac Mini ist dann tatsächlich bei mir eingezogen, dann stand er da und dann habe ich dann gesagt, bei uns YouTubern gibt es ja so eine Maßgabe, die heißt Everything is Content. Also alles, was du machst, ist Content. Veröffentliche es gefälligst, damit du deine Leute bei der Stange hältst. Und dann stand dieses Paket unausgepackt da rum. Everything is Content. Everything is Content. Erschiete. Aber ich will den doch jetzt auspacken und in Betrieb, komm, kack drauf, Kamera aufgestellt, aufgemacht, zumindest das mitgenommen. Unboxing. Unboxing quasi, aber noch nicht veröffentlicht. Kommt dann im Rahmen des Videos, was dann wahrscheinlich zum M4 kommt. Und habe dann meine 4 HE Kiste, die so groß ist wie dein Rechner auch, den ich da unten gerade sehe. 4 HE Riesen Kiste aus dem Rack rausgebaut, mir dabei fast einen Bruch gehoben. Dann habe ich den Deckel abgemacht und habe den Mac Mini auf meinen CPU Lüfter draufgestellt. Der Mac Mini ist genauso groß wie der Lüfter. Ja. Nicht zu reden von meiner Mega-Grafikkarte, von diesem Mainboard, von diesem 850 Watt Netzteil, was in dem Rechner drin ist, von Sachwas irgendwie. Alles weg. Und dann diese Mini Kiste dahingestellt, angeschlossen. Jetzt war ich schon vorbereitet, weil ich ja jede Menge externe Festplatten habe und so weiter. Deswegen habe ich verschiedene Docking Stations schon vorher gehabt. und da angeschlossen und lief dann sofort, konnte mein System dann sofort übertragen. Und dann habe ich tatsächlich doch ein Problem gehabt, was sich dann aber im Nachhinein herausgestellt hat, dass Universal Audio Plugins im Moment, zumindest auf dem Mac Mini M4 unter Sequoia, das neue, ich hoffe so spricht man das aus, das neue Betriebssystem, einfach nicht funktionieren. Ist ja ganz komisch, dass bei Universal Audio und Mac irgendwas nicht funktioniert. Ich habe es bisher ja nicht gehabt und ich hätte das Update auch gar nicht gemacht, wenn ich jetzt nicht einen neuen Rechner gehabt hätte und habe mich gewundert, warum läuft denn das nicht irgendwie und mein Final Cut, mein Videoschnittprogramm scannt ständig, also bis heute übrigens, scannt ständig Plugins und hängt immer bei Universal Audio Plugins und so weiter. Das war am Freitagmorgen hatte ich das irgendwie und dann habe ich abends die Mixbar gemacht und da stellte sich bei einer Teilnehmerin, bei der Christina raus, die hat tatsächlich das gleiche Problem gehabt, die hat das Update gemacht auf die neue Version von Universal Audio und die war dann in Kontakt mit dem Support. Die VST Plugins von denen haben irgendeinen Bug, wo die einen Mist gebaut haben, der jetzt nicht funktioniert. Also Lösung wäre, alle VST Plugins von Universal Audio runterzuschmeißen. Das würde aber bedeuten, dass ich die Hälfte meiner Sessions nicht öffnen kann, weil ich greife einfach in die Liste rein und ob ich da jetzt ein AU Plugin erwische oder ein VST Plugin, ich habe die alle doppelt, also nimmst sie irgendein, das würde also nicht funktionieren. So, dann habe ich nach der Mixbar dann eben kurz geschnitten, alles fertig gemacht, habe ich das ganze System nochmal gelöscht, dann versucht das alte Betriebssystem auf den Mac Mini 4 zu spielen, geht nicht oder wäre nur gegangen unter Risiko, wollte ich nicht eingehen und habe dann nochmal das gleiche gemacht, was ich vorher gemacht habe, mein System nochmal drauf gespielt, aber das Update dieses Mal nicht gemacht und dann habe ich auch gesehen, dass Universal darauf hinweist, ja, wir empfehlen das Update, weil diese Version zukünftig nicht funktionieren könnte. Das zukünftig habe ich beim ersten Mal überlesen und habe gedacht, das funktioniert gar nicht, wenn ich das nicht mache. Wäre ja auch die logische Konsequenz. Richtig, und jetzt habe ich aber das alte System dann drauf, habe alles, also es ging wirklich dann auch schnell und habe das alte System drauf, alles funktioniert, alles läuft, außer Final Cut stürzt nach wie vor ab, das macht mich wahnsinnig, so alle fünf, sechs Minuten stürzt, bleibt es einfach stehen, so, aber das hatte ich, und ich hatte das eigentlich auf meinen alten Intel Mac geschoben, weil ich gedacht habe, ja, das hängt bestimmt damit zusammen, dass das der Intel Mac ist und das Betriebssystem nicht mehr so sauber und Apple will ja auch, dass wir umsteigen und so weiter. Nee, der Bug ist immer noch da, das ärgert mich sehr, das heißt, ich brauche beim Schneiden im Moment immer so eine halbe Stunde länger, weil ich dann Final Cut ausmachen muss, neu starten muss, währenddessen scannt er dann meine Universal Audio Plugins und schmeißt mir immer eins aus der Liste wieder raus, aber der Mac Mini, sehr leise, sehr schnell, naja, ich wollte ja jetzt nicht Universal Audio bashen, sehr schnell und bezogen auf schnell, ich habe, wenn ich den Podcast ausgespielt habe, wenn ich den gemischt habe oder eine etwas längere Audio-Strecke, habe ich es bei Studio One nie geschafft, wenn ein Isotope Plugin drin war, über 2,5-faches Tempo zu kommen. Jetzt irgendwo zwischen 9 und 15-fach. Also, ich habe noch nie mehr Zeit, mir einen Kaffee zu holen in der Zeit. Vielleicht solltest du dann den Podcast wieder mischen. Ja, ist ja kein Problem, kann ich ja machen irgendwie, aber so grundsätzlich, wo ich dann denke so, wow, aber vor dem Hintergrund ja, dass du dir auch überlegt hast, irgendwie hier auf Mac umzusteigen, irgendwie. Da auf jeden Fall nochmal ganz klar, also klar, bei einem 3-Minuten-Track ist das jetzt irrelevant irgendwie, aber da wirklich auf lange Strecke, wenn du mal ein Hörbuch machst oder ein langes Video schneidest oder sonst was irgendwie, also ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell ist, tatsächlich. Ja, das ist schon krass. Super leise, fast unhörbar. Ich habe gestern, habe ich ein KI-Tool angemacht, das nimmt dann den kompletten Rechner in Anspruch. Da habe ich dann plötzlich da gesessen und habe gedacht, hm, was rauscht denn hier? Dann rüber, ah, okay, alles klar, hat also doch einen Lüfter, okay. Aber da wirklich auch nur unter Volldampf. Sonst nicht zu hören und wenn ich während der Musik höre, sowieso gar nicht, also sobald ein Geräusch kommt, ist der nicht zu hören. Anschlussvielfalt, super. Ich habe die 2TB-Variante genommen mit dem Pro, ja genau, M4 Pro, 48 GB Speicher, M4 Pro mit der größeren CPU-Auslastung, also der hat 4 Effizienzkerne und 10 Performance-Kerne und 2TB-Platte. Und wie gesagt, wenn die Drittanbieter demnächst aus dem Boden schießen, kann ich da wahrscheinlich auch eine 8TB-Platte einsetzen, dann kann ich mir das ganze externe Gewusel da sparen. Einziges Blödes, der Ausschalter ist unterm Gehäuse. Und da habe ich jetzt noch keine Lösung für gefunden, weil ich habe in der Regel gerne alles aus, weil warum soll ich Strom bezahlen, wenn ich ihn nicht brauche. So einen kleinen Mini-Computer, der... Ja, so ungefähr, das stimmt, so einen kleinen... Hattest du das nicht mal erzählt, dass du sowas gebaut hattest für irgendwas? So einen Stellmotor, genau. Mit diesen, wie hieß das, diese Mini-Computer, diese... Die Raspberry Pi. Ja, genau. Habe ich mir jetzt auch neulich auch wieder einen gebaut. Also habe ich gestern einen neuen Lüfter eingebaut, weil da werden immer so Scheiß-Lüfter mitgeliefert. Die machst du an und dann machen die... Hilfe! Und dann habe ich mir tatsächlich... Der Lüfter kostet ein Viertel von dem Raspberry Pi. Also der Lüfter kostet dann 16 Euro, wenn du einen von Noctua nimmst, so zum Beispiel einen leisen. Und dann sind die auch leise. Ne, also Raspberry Pi, da lasse ich nichts drauf kommen. Ja, dann bau dir doch so ein Ding, was einfach... Ja, da brauche ich kein Raspberry für. Da geht auch ein ESP32-Controller. Das nur am Rande. Ne, tatsächlich ist es so, dass ich mir jetzt einfach angewöhnen muss, den Rechner, den kann ich ruhigen Gewissens in den Ruhezustand versetzen. Ich habe das alles durchgemessen und im Ruhezustand, wenn alles andere aus ist und nur der Rechner an ist, dann braucht der ungefähr 5 oder 10 Watt irgendwie so. Da käme ich mit klar. Ärgert mich zwar immer noch, wenn der wegen nichts tun 10 Watt, aber dafür ist der dann auch mit einem Mausklick direkt da, ne? Also nix hochfahren, nix, nochmal einen Kaffee holen, sonst was irgendwie. Du klickst drauf und bupp, ist das Bild da, der Rechner ist da. Weil das ja bei Mac generell immer schon sehr schnell ist, ne? Ja, aber ich habe meinen vorher immer ausgeschaltet, ne? Weil, klar, wenn du eine 400 Watt Kiste die ganze Zeit laufen lässt, dann stellst du den natürlich aus am Ende des Tages, ne? Jetzt muss ich mir einfach angewöhnen, den auf Ruhezustand zu stellen. Aber nochmal, der Rechner, also ich glaube selbst, die Grundausstattung, die kostet 700 Euro, würde für viele, 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 viele Zwecke reichen, ohne dass du irgendwie bemerkst, dass du ein Problem hast oder so. Ja, ich muss schon sagen, ich habe mich jetzt ja auch informiert, ein bisschen, ähm, in diesem ganzen Virewar, was es da so gibt, ne? Da muss ja Pro, äh, M4 Pro, M4 Max, äh, schlag mich tot. Ja. Ähm, ich meine, ich habe ja ein MacBook von 2015 ist das übrigens, das habe ich nochmal nachgeschaut. Ähm, und das Problem ist ja mit dem MacBook einfach, dass es mittlerweile ein gewisses Alter erreicht hat und viele Sachen werden halt nicht mehr unterstützt. Also softwareseitig sowieso schon mal von Apple halt nicht. Oh, by the way, nicht, dass es hinterher heißt, ich hätte es nicht gesagt, wenn du es verkaufen willst, ich nehme es. Okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Ähm, äh, ich kann, äh, diese Sidecar-Funktion nicht nutzen. Ja. Also eigentlich diese ganzen Sachen, die ich gerne, ähm, die ich gerne nutzen möchte, wenn ich mir schon ein MacBook, äh, wenn ich schon ein MacBook habe, um damit zu arbeiten und nicht, um das als Büromaschine zu, zu nutzen, um damit irgendwie, ne? Ja, oder zum Surfen, ja. Ja, ne? So für ganz normal, sag ich mal, den Heimbetrieb, äh, dann irgendwie, äh, steht ja quasi im Homeoffice bei mir. Ähm, und es soll ja dann auch mit dem, mit dem Odyssey MM500 dann, wenn der irgendwann mal tatsächlich, äh, geliefert wird, äh, bin mal gespannt, dann, äh, ja auch so sein, dass ich zumindest mal Sachen checken kann oder Sachen vorbereiten kann. Ja. Und, ähm, da muss ich sagen, da ist eben, ja klar, das ist ein neuneinhalb Jahre, äh, altes, äh, Modell, das kleinste mit, äh, äh, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher mit, äh, 256 Gigabyte Festplatte und so. Ja, du merkst es schon. Ähm, ich meine, ich kann damit, äh, 32 Spuren recorden. Ähm. Ja, aber locker. Äh, genau, also, das weiß ich. Ja. Ich könnte wahrscheinlich auch mehr, aber ich hab schon damit 32 Spuren. Ja, du hast doch einen, äh, einen Thunderbolt-Anschluss da drin. Ja, ja. Da könntest du auch, egal. Ja, aber auch Thunderbolt oder USB 3 ist ja für, ähm, für die Performance eines Recordings hab ich jetzt mittlerweile, oder hab ich nicht mittlerweile, hab ich schon vor 10 Jahren gelernt, aber ist mir jetzt mal wieder klar geworden, ja, völlig egal. Wenn's USB 3 ist, ja. USB 2 kommt natürlich irgendwann an seine Grenzen. Nee, auch USB 2 macht überhaupt keinen Unterschied. Ich empfehle da ein sehr interessantes Video, wenn ihr mal, äh, wenn ihr mal Lust habt. Tatsächlich, äh, ich war auch immer in dem Glauben, ähm, dass ja Thunderbolt und USB 3, und, und sowas viel, viel besser ist, ähm, und da gibt's ein interessantes Video, wo das mal jemand wirklich rein physikalisch erklärt, ja, was denn da eigentlich passiert, äh, bei dieser, bei dieser Datenübertragung von verschiedenen Kanälen über, ähm, über USB, ob jetzt 2, USB 3, Thunderbolt, äh, Firewire, war ja früher der Shit. Hat mein Rechner auch noch, mein Alter. Alesis IO 26 Firewire Interface hatte ich da, das war mein erstes, 8 Kanal, das war der Shit, nee, egal, äh, das war der Shit. Auf jeden Fall gibt's da ein interessantes Video bei YouTube, müssen wir mal gucken, ähm, ich weiß gar nicht genau, wenn ihr, wenn ihr das einfach mal irgendwie, äh, eingibt, irgendwie USB, äh, oder irgendwie Audio Interface, USB versus Thunderbolt oder so. Ganz interessant, wenn man sich da eigentlich mal dann wirklich das vor Augen führt und denkt, ja stimmt, warum sollte jetzt USB 2 das nicht so gut können wie USB 3? Ja, weil's vielleicht nicht so viel Daten überträgt, wie jetzt anfallen, also bei 32 Spuren müsste ich jetzt mal rechnen, wie viel Daten übertragen werden, aber USB 2 ist ja auch nicht langsam. Ne, genau. Ja, also, ich meine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich müsste, äh, das ist wieder gefährliches Halbwissen mit, mit Björn jetzt hier, ähm, die haben irgendwie gesagt, da müsstest du schon irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Spuren über 96 Kilohertz und weiß ich nicht aufnehmen. Und hin und her und Monitoring und so weiter. Und dann ist genau und noch zurück und, äh, also bitte, bitte, äh, kreuze ich mich jetzt nicht in den Kommentaren dafür, dass ich irgendwas physikalisch jetzt nicht mit dem weißen Kittel und der, der Laborbrille hier gesagt hab oder womöglich auch, ähm, was Falsches gesagt hab. Ich glaube. Also, es geht einfach darum für den Normalbetrieb. Ja, also ich glaube, unkomprimiertes Wave ist, glaube ich, pro Minute 10 Megabyte Stereo. 10 Megabyte pro Minute. Ich weiß es nicht. So, das heißt also, durch 60 wäre die Datenrate, die du pro Sekunde hast und das dann mal 32 Kanäle und dann noch durch zwei, weil, weil Stereo auf Mono. Egal. Also, USB 2 ist natürlich auch schon performant, was das angeht, ne? Total. Also, äh. Letztendlich ist der Overhead auf jeden Fall größer bei USB 3, sodass du dann auch, falls mal ein Peak kommt oder falls der noch einen anderen Zugriff macht oder so, dass der auf dem Bus dann noch ein bisschen mehr machen kann. Aber am Rande davon irgendwie. Also, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie gesagt, ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen. Es ging darum, ähm, dass es, ähm, dass, ähm, RME, ein bekannter Hersteller ja für, oder ein sehr geschätzter vor allem Hersteller für Audio-Interfaces auf dem Markt, ähm, eine Zeit lang ihre, ihre Flagships, also ihre größten, äh, natürlich auch teuersten Interfaces als Thunderbolt rausgebracht hat. Es gab, glaub ich, aber nur ein Modell, äh, mit dem sie das gemacht haben. Und, ähm, das Problem ist aber, dass Thunderbolt, äh, in seinem ganzen Prozess, was der dahinter steckt, von Lizensierung, äh, bis, äh, hin über Treiber, Zertifizierung, der ganze Scheiß, das muss so ein Pain in the Ass sein, äh, anscheinend. Ähm, und es macht einfach keinen nennenswerten, oder ich glaube, überhaupt keinen Unterschied in dem Moment. Ähm, deswegen ist RME auch wieder dahin gegangen und hat, äh, jetzt das neueste, äh, das neueste Update vom UFX, heißt es, äh, das Interface UFX3, jetzt wieder auf USB3, äh, quasi umgerüstet oder, oder, äh, bietet es jetzt nur noch als USB3 an, so. Aber es ging dann um den, in diesem Test ging es darum, es gibt von RME auch ein, ähm, nicht, äh, nicht 19 Zoll, sondern quasi, äh, 9,5 Zoll, das kleine. Das UFX, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, was, ähm, auch super von der Ausstattung ist, aber eben deutlich weniger Kanäle kann. Naja gut, aber für die meisten Sachen reicht das ja trotzdem vollkommen aus. 20 Ein- und Ausgänge, glaube ich, gleichzeitig nutzbar. Ja, Wahnsinn, ja. Mit, äh, digitalen, ähm, Erweiterung, äh, IES, äh, SPD, äh, ADAT, alles dabei. Sag was, SPD, CDU, alles drin. Alles dabei, nur FDP nicht mehr. Ähm, so, ähm, und, also, äh, und vor allem auch, was, was ich ja total sexy finde daran, äh, auch mit, äh, DSPs eingebaut, das kleine auch. Das heißt, du kannst auch, äh, EQ, Kompressoren, ähm, Hull und Delay im Recording-Prozess, äh, latenzfrei nutzen. Super cool. Ähm, und, ähm, da gab's dann eben einen Test, das ist USB 2, das UCX ist USB 2 und das UFX ist USB 3. Ja. Und, äh, und letzten Endes, äh, ist egal. Also, das Große kann halt, boah, muss ich schon wieder lügen, 100 Spuren oder sowas, weiß ich gar nicht, das hat Mardi und. Ja, ich wollte gerade sagen, das hat ja ein 96-Kanal-Mardi-Interface eingebaut. 64. Oder 64. 64 Mardi. So, dann hast du, äh, ADAT, dann hast du die analogen Eingänge, acht Stück, dann hast du vier Preamps und sowas, also da ist schon richtig Alarm in dem Ding. Da ist richtig Alarm, auf jeden Fall, ne, ich meine, geil ist natürlich wirklich, ich finde ja diese Mardi-Geschichte einfach total cool, ne, weil du hast ein, kein Kabel, äh, was du, was du einmal durch die, durch die Wand schmeißt oder, ne, je nach, je nachdem, was für ein Setup du jetzt hast, ähm, also ich glaube, wenn ich, wenn ich nochmal ein Studio bauen würde, auch eins, was eben auf Recording und so ausgelegt ist, ist einfach, ich meine, Mardi oder Dante, das sind ja eben im Prinzip die beiden Schnittstellen, die, die da sinnvoll sind, eben auch über, über gewisse Entfernungen, die da Sinn machen. Naja, auf jeden Fall, ähm, nochmal, äh, darauf zurückzukommen, äh, hab ich mich, äh, im Thema MacBooks, äh, etwas, äh, informiert auch, aber ich muss schon sagen, ähm, ich glaube, die 36 Gigabyte CPU, 1 Terabyte SSD, M4 Max heißt das Ganze dann, da bist du 4.099 Euro los, ne. Ja, kleiner Tipp meinerseits, die Max brauchst du gar nicht kaufen, weil der einzige Unterschied zu der großen Pro, also die Pro gibt's auch in zwei Varianten, einmal mit, äh. Ich kann aber direkt intervenieren, weil die, die Pro-Version gibt es, äh, nicht mit, äh, mit der Anzahl an Arbeitsspeicher. Ja, die gibt's mit 48 Gigabyte dann. Nö. Nicht? Nö. Ah, geschenkt, ich wollte nur sagen, dass der einzige relevante Unterschied zwischen den beiden Prozessoren tatsächlich die Anzahl der Grafikunits ist, die Prozessorenzahl ist die gleiche, also die, die eigentlich die Arbeit machen, äh, und vielleicht bei der Neural Neural Engine, weiß ich nicht genau, bei dieser Zugabe, die, äh, für, äh, Machine Learning dabei sein soll, aber so für unsere Zwecke reicht eigentlich der Pro. Ja, ist gut, also die Konfiguration, die ich wollte, also mit 36, äh, CPU und 1 Gigabyte, äh, 1 Terabyte SSD, gab's komischerweise die Pro-Variante nicht. Vielleicht, äh, war das aber auch einfach ein Suchfilter-Problem. Ja, die Pro gibt's dann mit, mit 24 oder mit 48 Gigabyte, die gibt's wiederum nicht mit 36 Gigabyte Speicher. Genau, und die, die 36, äh, genau, so war's, die 36 Gigabyte Arbeitsspeicher, 1 Terabyte SSD, äh, 4, M4 Max, so, jetzt haben wir alle wichtigen Details, ist günstiger als die 48 Gigabyte CPU, 1 Terabyte SSD, M4 Pro. Oh, okay, alles klar, verstanden, okay. Ich glaube, das, äh, das war, glaube ich, das Ding dahinter. Dann bist du halt bei 4000, ich meine 4099 oder 4079 und das war, ähm, war das schon irgendwie sogar irgendwas auch mit Black Friday oder weiß ich gar nicht genau. Ja, ja. Ähm, klar, wenn man drüber nachdenkt, dass man so ein Gerät vermutlich mal mindestens, ähm, mindestens mal sechs bis acht Jahre auf einem, auf einem hohen Level benutzen kann, würde ich jetzt einfach mal so, behaupte ich jetzt einfach mal so, ähm. Ähm, ist viel Geld, aber gut angelegt. Genau, ähm, also das ist definitiv eine Überlegung wert, aber, äh, wie, äh, ein, äh, ein Ballermann-Hit so schön sagt, ich schwanke noch. Was? Gibt's denn auch? Ja, 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 selbstverständlich. Was du immer alle weißt, ey. Ja, blödes, nee, wie heißt das nochmal, unnützes Wissen, da bin ich ganz weit vorne. Ich schwank, genau. Ja. Also, ähm, unterm Strich, äh, ihr habt gemerkt, ich hab mich auch mit Audio-Interfaces, äh, beschäftigt. Ja, und welches wird's? Ja, also, ich glaube, das UFX tatsächlich, das große, einfach, weil's den, den Vorteil hat. Ähm, ich bin ja jetzt gar nicht so der große Recording-Typ hier im Studio sowieso nicht. Das heißt, wenn ich Recording mache, ist es meistens eben mich selber am Schlagzeug. Das, äh, da wär das kleine UCX genauso gut, weil's eben diese, diese DSPs hat, da ist eben der Vorteil, beide, ähm, haben eine Standalone-Funktion, das heißt, ich kann das Ding anmachen, muss den Rechner gar nicht anmachen. Stimmt, ja. Äh, steck meine In-Ears rein. Ist die Voreinstellung drin. Und habe im Prinzip ein Monitor-Mix fertig. Kann, äh, an das Interface, äh, könnte ich jetzt ganz stumpf ein Handy anschließen oder, ne, oder mache halt einen Rechner an. Alles gut. Und, äh, könnte es theoretisch gesehen Standalone nutzen beim Üben oder beim Schlagzeugspielen. Das find ich total cool. Beide sind da komplett gleich in der Funktionalität. Der Vorteil bei dem Großen ist halt einfach, dass, äh, die andere Geschichte, die ich häufig mache noch, also, ähm, Vor-Ort-Recordings, also mobiles Recording, meistens ja dann von Orchestern oder Chören, Konzerte oder auch Produktion. Ähm, ich hab halt gerade ein komplett losgelöstes Setup, ne, ein Thunderbolt-Interface mit einem Acht-Kanal, äh, ähm, ähm, sag halt, Pre-Amp nochmal dabei, so. Also separat im eigenen Case. In einem eigenen Case. Und das ist jetzt, das ist vernünftig. Ich will da jetzt auch kein, hab ich glaube ich schon erzählt, ist ja auch wurscht. Ist jetzt aber auch nicht der Shit. Ist ja auch bezahlt. Ist bezahlt. Macht auch, was es soll. Aber auch jetzt kein Millimeter mehr, als es soll. Ja, ja, ja. Ähm, das heißt, äh, nachher zu sagen, okay, äh, ich hab vielleicht im Schnitt fünf bis zehn solcher Geschichten im Jahr, äh, da vier Schrauben und drei Kabel dann nachher aus einem Interface rauszuziehen und das kurz in den Case zu packen und damit loszufahren, ähm, ja, ist nervig. Aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, äh, wenn du natürlich dann einen so krassen Boost an Qualität dadurch hast, ne, und du steckst da im Zweifel nachher, äh, ein Madi-Kabel rein und kannst einfach mal 64 Kanäle aufnehmen, äh, äh, oder kannst dich im Zweifel in einem Studio wie im Prinzipal zum Beispiel einfach draufdocken. Kann sich draufstecken, klar. Ne, bei mir ist es ja weniger, dass ich in anderen Studios dann bin, sondern mehr dann der Fall, dass ich halt einfach, äh, irgendwo in irgendeiner Location sitze und Live-Recordings mache oder so und, äh, dafür brauche ich ein System, was einfach rennt, ja, also was keine Probleme macht. RME macht definitiv keine Probleme, äh, ich hab mit RME noch nie einen Millimeter Probleme gehabt, wenn dann die einzigen Probleme, die ich mit RME, äh, oder von RME bisher immer gehört hab, waren immer, war, saß das Problem immer vor dem Gerät. Äh, ja, äh, hab ich bis vor kurzem auch gedacht, bis mein Kumpel Uwe dann tatsächlich mit seinem Zwölfkanal-Preamp ein Problem hatte, weil das einfach die Presets nicht mehr abgespeichert hat und musste den tatsächlich einschicken. Kann aber an einem Montagsgerät gelegen haben, ist bei jedem Hersteller immer irgendwie Also ich meinte jetzt mehr auch Treiber, ne, das ist natürlich so ein Gerät, umso mehr digital, äh, natürlich passiert in so einem Gerät, umso mehr kann natürlich auch schief gehen. Ähm, aber, ähm, ich, wie gesagt, wenn ich alleine bedenke, wie viele Probleme ich mit dem, mit dem, äh, Thunderbolt-Interface, was ich da in dem Rack gerade für mobile Recordings, äh, äh, nutze, wie viele Probleme ich damit hatte, nur um das manchmal an den Start zu kriegen. Aber ehrlich gesagt, das liegt nicht am Interface, das liegt echt an der Programmierung von diesem Treiber, ne. Ich hatte den ja mal kurzfristig auf meinem Laptop auch installiert, weil ich dein Interface an meinem Rechner installiert habe. Ja. Und ich erinnere mich, dass diese Software von damals, also das war wirklich, da hat sich Focusrite damals keinem Gefallen getan, die Software war einfach scheiße. Volle Pulle. Und das ist bei RME natürlich, der, diese Matrix ist Hammer. Ja, und vor allem die Treiber, ne. Also, äh, wir reden ja darüber, gerade auch bei Windows brauchst du ja nun mal sehr, sehr gute Audiotreiber, damit das auch funktioniert. Und wie gesagt, immer noch. Ich hab seit, ähm, boah, mittlerweile jetzt, weiß ich nicht, 14 Jahre oder so, hab ich, glaube ich, diese, diese PCI-Express-Karte, äh, von RME. Ja. Das ist jetzt mittlerweile der dritte Rechner, in dem die drin steckt. Und das läuft hundertprozentig. Die Werte sind immer noch extrem krass für so ein altes Produkt, muss man wirklich sagen. Super. Ähm, von daher kann ich das nur, kann ich das nur empfehlen. Also, eins von den beiden wird's werden. Ich hab viele interessante Videos gesehen tatsächlich bei YouTube, wo viel, viel verglichen wurde, auch eben zwischen dem, vor allem zwischen dem, ähm, UCX, also dem kleineren oder dem ganz kleinen, dem Babyface, gibt's ja auch noch, ne. Ja, das ganz kleine Transportable. Das Desktop-Ding, wo sie dann, äh, vor allem das Babyface gegen das, ähm, ja, Apollo, weiß ich nicht, äh. Solo irgendwas, keine Ahnung, ja, ja. Solo oder so, ne, oder das UCX dann gegen das Apollo X4 oder wie die heißen, dann so gehalten haben. Und, ähm, ich hab, also ich hab bisher, äh, noch kein Video gesehen, wo jemand, äh, Universal Audio gegen, gegenüber RME bevorzugt hat, ähm, im Fazit. Es kann natürlich sein, dass RME einfach sehr, sehr viel besser darin ist, äh, YouTuber dafür zu bezahlen, äh, ähm, zu sagen, dass, dass, äh, RME besser ist. Kann ich mir, äh, ehrlich gesagt nicht vorstellen. Nee, tatsächlich sind die da eher im Understatement-Bereich unterwegs. Genau, volle Pulle. Ja. Ähm, und wie gesagt, also natürlich sagt jetzt der eine oder andere, ja, ich muss aber, äh, den 1176 und den LA-2A, äh, muss ich in meiner Recording Chain haben, ansonsten klingt das ja nicht, äh, irgendwie. Ähm, ja, oder du machst halt einfach bei TotalMix FX, das ist dann quasi die Konsole von, äh, von RME. Ja. Machst halt einfach einen Kompressor an, der halt deine Stimme komprimiert und machst halt mit einem EQ, der nicht von Neve ist, machst du halt einen Low-Cut und bei 500 Hertz was raus, damit's schöner klingt. Ja. Und dann machst du halt einfach einen Hall, der zwei Sekunden lang ist und der nach 24 Sekunden, also, nochmal, ne? Und wenn du die Preamp-Simulation haben willst, dann schmeißt das einfach hinterher in der DRW drauf, äh, wenn, wenn ich das glücklich mach, Punkt. Ja. Also, ne, das, es gibt ja wenig Systeme, die das anbieten, dieses, äh, mit DSPs, äh, aufzunehmen. Ja, mittlerweile hat Moto das, glaub ich, auch eingebaut, also hatten sie schon früher, aber mittlerweile sogar nutzbar. Ja, aber ich sag mal, wenn du, wenn du mal, mach dir mal Spaß und geh mal bei Thomann USB-Interfaces ein. Oh Gott. Ich glaube mittlerweile, weiß ich nicht, 500 oder so, äh, keine Ahnung. Und wenn du das mal wirklich runterrechnen, das ist prozentual, wie viel davon dann wirklich sowas können. Ja. Ne, oder auch Thunderbolt. Das stimmt, ja. Total egal. Also, das ist schon immer noch eher die krasse Ausnahme, ähm, und da sind schon... Ja, deswegen haben die auch dieses Preisschild da dran, letztendlich, ne? Also, auch die Universal Audio Interfaces sind ja nicht, nicht billig. Ja, und vor allem, die können eben viel weniger, ne? Ich hab das mal ganz nüchtern, hab ich verglichen, okay, was ist denn, wenn ich mir jetzt zum Beispiel das, wie heißt das, X8 oder X8P oder, 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 schlammig tot, da mache also die, die Version, die dann auch vier Mikrofon-Preamps eingebaut hat, äh, so wie das UFX3, ähm, so, du hast zum Beispiel viel weniger, äh, äh, digitale Anschlüsse an so einem Ding. Mardi? Der Fokus von den beiden ist einfach vollkommen anders, ne? Also, bei, bei RME geht's vor allem um die Anschlussvielfalt und die Qualität der Preamps, und bei Universal Audio liegt der Fokus vor allem auch auf den Plugins. Das heißt, RME hat ja gar kein Interesse daran, Plugins zu verkaufen. Genau. Und Universal Audio ist eine Plugins-Schmiede, die, äh, die ihre Plugins auch unter anderem mit dem Hardware-Dongle, mit den DSPs, die da drin verbaut sind, verkauft hat bis vor kurzem und ja jetzt erst native umstellt quasi. Ja, ich meine, der große Unterschied ist, wenn natürlich, wenn du sagst, okay, ich, äh, stelle mir jetzt ein 32, 64, was auch immer, Kanal-Setup mit Universal Audio, dann machst du das ja nicht, indem du jetzt an dein Hauptinterface, äh, wenn du jetzt rein bei Universal Audio bleibst, dann, äh, schließt du ja nicht an dein Haupt-Audio-Interface jetzt drei weitere, ähm, Interfaces oder, oder Mikrofon-Vorverstärker, äh, von Universal Audio überadert an, sondern dann hast du ja die Möglichkeit, die alle zu kaskadieren, auch miteinander zum Beispiel, ne? Ja, 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 ja. So, äh, in der, in der RME-Welt, die mit Sicherheit deutlich einen höheren Windows-User-Anteil hat als Mac-User-Anteil, da bin ich mir sicher, äh, geht es halt einfach nicht, weil unter Windows, ich weiß nicht, ob es mittlerweile da auch irgendwelche Tricks gibt, äh, äh, um das zu machen, aber unter Windows kannst du ja nun mal nur ein Audio-Treiber, also sprich, äh, ein Audio-Interface, äh, nutzen. Wahrscheinlich gibt es da mittlerweile auch irgendwelche Tricks, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, das heißt... Also du kannst ja noch nicht mal unter, unter großem Aufwand zwei USB-Mikrofone anschließen. Ja, also ich weiß es nicht, ob es geht, äh, das heißt, da bist du ja viel mehr dran gebunden, dass du eben eine Haupt-Schaltzentrale hast, die dann über welche Schnittstelle auch immer verbunden ist und daran holst du dir über AES, über SPDIF, über, äh, ADAT, holst du dir dann die Kanäle rein. So, das heißt, ähm, ich sag mal, diese, diese Version von Universal Audio war noch teurer als das UFX3, ähm, und wenn ich da, ich könnte nicht mal mein aktuelles Setup daran anschließen, weil ich brauche für mein aktuelles Setup einmal AES und einmal SPDIF. Beides. Ich brauche beides. Ich muss für meine Analog-Chain über SPDIF raus und rein. Ja. Und ich muss, äh, fürs Monitoring, äh, weil ich natürlich mein, äh, Crane Song, äh, Solaris Wandler nutzen möchte fürs Monitoring, muss ich über AES raus. So, das hat Universal Audio schon mal nicht dran. Wusstest du, dass das eigentlich das gleiche Protokoll ist? Ja. Ja. Also du kannst quasi an den SPDIF auch einen AES EBU, äh, Wandler anschließen und umgekehrt. Ich glaube, der AES EBU hat, glaube ich, noch eine Fehlerkorrektur eingebaut im Gegensatz zu SPDIF, weil das eher consumermäßig ist. Aber wir können es mal abkürzen an dieser Stelle. Das EME wird zwar auf jeden Fall werden bei dir. Es wird entweder das Kleine oder das Große. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, was dann irgendwie am Ende, was dann am Ende sinnvoller ist für den Betrieb hier vor Ort. Für das, was ich mitmache, äh, reicht das Kleine von der Kanalanzahl und so auf jeden Fall aus. Ja, sehr spannend. Also ich habe auch überlegt, ob ich auf EME umsteige. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil mein Setup läuft, ja, und ich sehe im Moment keinen Grund, das einfach umzuschmeißen, nur um jetzt ein anderes Audiointerface zu haben oder sonst so. Perspektivisch, wenn ich mal an den Punkt käme, wäre ich wahrscheinlich auch eher da, dass ich sagen würde, okay, alles klar, Universal Audio hatte seine Zeit bei mir, aber, ähm, ich würde da wahrscheinlich auch eher dann wahrscheinlich auf das Kleine gehen, weil für mich persönlich würde das reichen. Mein Vorteil ist natürlich, du könntest, äh, bei dem Großen, hast du natürlich diesen, äh, 12 Mic, oder 12 Mic, wie auch immer. Ja. Äh, haben wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen. Das ist ja wirklich ein charmantes Gerät. Also da muss man... Sehr, ja. Ja, muss man wirklich, das muss man sagen. Also da haben sie sich wirklich was ganz, 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 ganz Tolles überlegt. Die Preamps sollen sensationell sein, ne? Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich habe auch schon viele, viele, ähm, Infos, Berichte und auch Videos gesehen darüber. Dieses Konzept dahinter, dass du ja auch dieses Gerät komplett standalone benutzen könntest, theoretisch gesehen. Ja. Wenn du es einmal einrichtest dann, du kannst es über ein iPad fernsteuern, du kannst es über ein, ähm, IP-Protokoll oder wie das dann irgendwie funktioniert, über einen Browser, äh, kannst es fernsteuern. Ja. Das heißt, du stellst, wenn du jetzt, sagen wir mal, hast ein Studio, wo du zwei Räume hast oder wo du vielleicht einen größeren Raum hast und sagst, ah, weißt du, ich stelle das da zum Schlagzeug in die Ecke oder stellst halt den Aufnahmeraum. Ja, ja. Dann legst du ein Kabel. Genau, ein Netzwerkkabel. Ja. Ähm, beziehungsweise, ja, ein Madi-Kabel dann. Oder in dem Fall, ja, stimmt, richtig. Ne, ein Madi-Kabel, äh, und du kannst das Ding, du kannst dich ans Schlagzeug, wenn du jetzt zum Beispiel, so wie ich dann, bekommst dich selber, setz dich hin, hast dein iPad da, ne, und machst dir mal eben über Total Mix dann dein Monitor Mix damit fertig. Autogain haben die sowieso alle und zwar funktionierendes Autogain. Oder an den Rechner zu gehen, ja, genau. Ähm, und du machst dir das einfach sexy auf dem iPad fertig oder hast halt das Gerät hier stehen, mach... Mikro umgeschmissen. Oh, jetzt habe ich hier... nach fast einer Stunde Podcast, äh, noch ein bisschen randaliert. Äh, ähm, genau, sitzt in der Regie und, äh, drehst halt einfach über dieses, äh, Netzwerk-Ding da, äh, drehst du da halt dran rum. Äh, ich find das total cool. Es werden einige sagen, ja, gibt's doch schon lange solche Dinge im Live-Bereich, gefühlt, äh, seit zehn Jahren Standard. Ja! Ja, auch bei RME, ne, wir haben ja die Interfaces gesehen oder die, die Breakout-Boxen von Vincent, die er da benutzt in den Studios, die haben auch alle ein Autogain, was funktioniert. Also, insgesamt, ja, also natürlich könntest du auch eine Wehringer-Lösung nehmen, ähm, da ist das auch, da kannst du auch mit dem iPad sitzen und das alles machen oder von, von, was ist das dann, Mackey, die größere Variante von Behringer, äh, oder, äh... Midas meinst du? Midas, genau, Midas, äh, die größere Variante, da kannst du ja auch mit dem iPad alles einstellen, das ist auch eine zentrale, äh... Ja, aber ich sag mal, wenn du in einem zweieinhalbtausend Euro Digital-Mischer, äh, 16 Pre-Ams drin hast, äh, also du musst ja immer nur ausrechnen, warum, was kostet mich das pro Kanal, ne? Ja, ja, ja. Und irgendwo muss dann ja die Preisgestaltung herkommen, wenn so ein Kanal dann irgendwie 35 Euro kostet, mit allem drum und dran, ja? Außer Frage, ja, außer Frage. Aber das, das ist ja auch gar nicht das Thema, ne, so ein Digital-Mischer hat ja nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Daseinsberechtigung, äh, in verschiedenen Bereichen. Wir haben schon eine Stunde gequatscht, äh, aber es ist nützt nichts, äh, weil it's Friday, heute. Also wir sitzen heute ja am Freitag, ihr hört das ja erst am Sonntag. Ja, ja, genau. Aber wir haben noch einen Song, natürlich zu besprechen in unserer Kategorie. Song des Monats. Und dieses Mal war ich dran. Genau. Dieses Mal hab ich den Song Friday I'm In Love ausgesucht von The Cure. Ich bin ja älterin gegen Semesters, das heißt, ich war damals, äh, gerade aufwachsend, als dieser Song rauskam und mich hat das sehr beeinflusst, also die Musik von The Cure sowieso hat mich schon mal sehr beeinflusst. Was mich auch sehr beeinflusst hat, war, dass Robert Smith ein Gitarrist ist und in dieser, in dieser Wave-Ecke, in der sich The Cure damals rumgetragen hat, waren ja vor allem Synthesizer damals angesagt, ne? Also nicht, dass ich The Cure jetzt mit Deepesh Mode vergleichen möchte, aber es war schon so, dass so ein D50, ein DX7, die mussten dann da auch stehen irgendwie oder später dann Kork M1 und so weiter, sonst warst du nicht ernst zu nehmen, The Wave Band und so weiter. Und Cure war immer so ein bisschen so dieses, heute würde man das Emo nennen, äh, irgendwo dazwischen, aber Robert Smith ist tatsächlich einer der einflussreichsten Gitarristen seiner Zeit, mag man nicht glauben. Also nicht irgendwie, also klar, auch Eddie Van Halen und so weiter, aus den 80ern speziell, Ja gut, anders. Aber eben auch The Edge von U2 und eben auch Robert Smith. Und dieser Song, ich hab den gar nicht ausgewählt, Friday I'm In Love, den Song, hab ich gar nicht ausgewählt, weil der jetzt ein Klanggewitter ist oder ein Klangspektakel, wo ich sage, Klanggewitter ist es teilweise. Ja, Klanggewitter, ja, aber jetzt nicht irgendwie, weil das ein audiophiler Hochgenuss ist, sondern einfach wegen dem Song. Und was mich erstmal total flasht an dem Song ist, dass der nicht dieses klassische Song-Schema hat, also, weißt du, Intro, Strophe, Bridge, Refrain, Strophe, Bridge, Refrain, Solo, Refrain, Refrain, raus oder so, ganz, nein. Der Song fängt an und dann läuft der einfach durch. Und du kannst auch noch nicht mal so richtig sagen, ist das jetzt ein Refrain oder ist das jetzt, was ist das jetzt irgendwie? Dann läuft im Hintergrund die ganze Zeit dieses Thema durch. Also, die Gitarren, also sind ja mehrere Gitarren, die da spielen und andere, glaube ich, irgendwie ein Synthesizer da rumjunkelt irgendwie. Aber die Gitarren spielen ja immer nur, immer am Ende der Phrase, macht irgendeine Gitarre macht immer auf irgendeiner Seite, so diese Runterlauf-Phrase und überall fällt es immer runter, dann kommt diese Melodie, die gesungen wird, die auch von oben nach unten runterfällt. Friday, I'm in love, läuft immer nach unten. Und was ich auch mega finde an alle Texter, falls euch was nicht einfällt, Aufzählungen gehen immer. One, two, three, ten, nine, eight, sonst was irgendwie. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Und bei Friday, I'm in love ist die Stimme immer gedoppelt mit einer Harmoniestimme. So, das heißt also, der wichtige Part ist dann auch immer nochmal gekennzeichnet, also natürlich nicht bewusst irgendwie, aber der wichtige Part, Friday, I'm in love ist immer nochmal gedoppelt, unterstrichen und jeder singt diesen Teil mit, egal welcher Teil vorher stattfindet. Du kannst die Wochentage mitsingen, den Rest musst du irgendwie nicht und du kannst Friday, I'm in love singen und diese Aussage, das war damals jetzt noch nicht so wichtig irgendwie, ist aber natürlich heute in unseren Meme-Zeiten natürlich auch wieder so ein Ding, weil wenn du deiner Liebe nochmal eben kurz was am Freitag schicken willst, dann schickst du dir Friday, I'm in love. Also auch die Aussage ist mega und ich habe diesen Song durchgehört, dann hat er diesen Groove, den er da hat, der die ganze Zeit einfach durchspielt irgendwie und dann aber in diesem Zwischenteil. Da wird so ein Breakbeat, möchte ich das nicht mehr, aber das Schlagzeug läuft nicht rund, sondern es bricht so ein Tja, Tja, Tja. Ja genau, du hast nicht dieses typische Backbeat 2-4-Ding, sondern du hast immer dieses Vorgezogene und dadurch wirkt es so ein bisschen gehemmter, es läuft gebremst, genau. Sich dann wieder in den wohligen Armen des durchlaufenden Beates, der Gitarren und dieser Klangwolke zu entlassen. Also ich finde vom Songwriting, von der Produktion her für mich einfach spektakulär und ich habe da zumindest wieder mal beim Hören und durchs reine Analysieren so einen Spaß dran gehabt und wieder Ideen gehabt, wo ich gedacht habe, ja das muss ich einfach mal im Hinterkopf behalten für den nächsten Song, kann ich das durchaus gebrauchen. Und wenn es nur ist, wenn dir beim Text nichts einfällt, Aufzählung geht immer. Ja, also super Song, keine Frage, ich bin da jetzt nicht mehr groß geworden, das war ein bisschen früher. Ich habe natürlich auch gehört, ja, es ist ein genialer Song, super Energie. Natürlich macht der auch irgendwie von vorne direkt so Spaß einfach, du hast direkt so irgendwie, weiß ich nicht, also der ist so direkt so ein Stimmungsaufheller, nicht in Tablettenform, sondern in musikalischer Form. Ja, obwohl die Stimme ja so unfassbar depressiv eigentlich rüberkommt. Eigentlich schon, aber trotzdem ist ja irgendwie, ähm, es ist direkt irgendwie so ein positives Gefühl, den der Song so ausstrahlt. Wenn man, ne nochmal Musik aktiv zu hören, da wo man auch arbeitet und da wo man ja auch wirklich Musik bearbeitet, ist ja immer interessant, wenn du so, es gibt ja Songs, die haben wir beide in unserem Leben noch nie im Studio gehört. Ja, das stimmt. Die haben wir vielleicht schon fünf Jahre lang in der Top-40-Band gespielt. Und auf jedem Zeltfest vom DJ gehört. Gehört oder im Radio gehört oder so. Oder im Supermarkt. Genau, aber noch nie im Studio. Manchmal wundert man sich ja wirklich, wenn man dann Songs und man denkt, ja, den kenne ich gut. Ja. Und dann hört man sich den aber wirklich mal im Studio an und denkt, oh, äh, kann natürlich in beide Richtungen gehen, dieses Aha-Erlebnis, ne? Und in dem Fall auch, ich habe ihn hier angemacht und habe gedacht, Mann-O-Meter ist, der ist aber laut, du, das ist aber wirklich laut, klar. Ja gut, das ist auch die Remastered-Version natürlich, ne? Das ist die Remastered-Version von 2022 gewesen, habe ich dann auch gelesen. Ähm, ja, es ist natürlich etwas stechend hier und da, frequenzmäßig, ja? Äh, also du hast sehr, sehr viel in den hohen Mitten, die Vocals und auch vor allem die Gitarren, die da sehr, sehr präsent sind. Aber, ähm, nochmal, es geht ja hier nicht darum, das ist jetzt für uns beide ja keine Referenz im Sinne von, da würde ich jetzt einen Mix dran anpassen oder damit würde ich jetzt irgendwie mir, ähm, eine Referenz, äh, in, in, äh, im Frequenz- oder Ballons-mäßig aufbauen, darum geht's ja nicht, es geht ja vielmehr darum zu verstehen, was passiert eigentlich in dem Song produktionstechnisch, Arrangement-technisch und natürlich auch irgendwie mixtechnisch, weil was haben die gemacht? Ja, ich höre die Gitarre nicht, die haben nicht acht Instanzen Trackspacer drauf gemacht, sondern die haben halt die Gitarre lauter gemacht oder haben halt dann, weiß ich nicht, zu dem Zeitpunkt vielleicht den Mid- oder Treble-Regler an der Gitarre halt hochgedreht, damit die präsenter wurde. Und letzten Endes, die, die wenigen einfachen Mittel führen ja manchmal auch zu einem Ergebnis, wo jetzt nicht jeder sagt, oh, das ist aber jetzt ein großes klangliches Vorbild für die nächsten Generationen, aber es ist ein Vorbild, ähm, wie man eben, ähm, wie man eben Fokus auf Dinge legt, die wirklich wichtig sind in der, in, in der Produktion und die den Hörer ja auch erreichen, weil sie hören sie ja. Ja, und die die Methode vor allem aufgreifen, die ich vor zwei Wochen im Video erzählt habe, nämlich, dass man den Fader nutzen sollte, um Dinge einfach mal nach vorne zu schieben und wieder nach hinten zu schieben. Vom Körper wegmischen. Ja, vom Körper wegmischen. Ähm, nee, es ist tatsächlich so, dieser Song kann aber auch produktionstechnisch durchaus entspannen, weil es gibt so verschiedene Dinge, Mythen in unserer Audio-Welt, die von irgendwelchen Audio-Gurus, und vielleicht sind sie wirklich Gurus, hochgehängt werden. Und eins von diesem, von diesen, einer von diesen Mythen ist, dass es ganz wichtig ist, ist, dass man Tiefenstafflung hat, dass der Mix dreidimensional ist und so weiter und so fort. Und ehrlich gesagt, heutzutage ist sowieso schon fast gar nichts mehr dreidimensional. Es ist alles platt an die Wand gefahren. Aber auch damals war es nicht wichtig, unbedingt eine Tiefenstafflung oder einen 3D-Sound zu haben, sondern erstmal einen Vibe zu erzeugen. Und wir haben ja hier eher eine Klangwolke. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt hier einen dreidimensional gestaffelten Steely Den-Mix höre, wo ich irgendwie ganz hinten in so einer Mittelpause noch so einen kleinen Shaker wahrnehmen kann, der irgendwo platziert ist. Wir haben hier einfach einen Vibe, der kreiert wurde, eine Stimmung, die dich in den Arm nimmt. Der Song ist übrigens in Dur, was heutzutage auch eher selten ist. Deswegen ist der vielleicht auch so positiv, keine Ahnung. Aber dass man sich da mal entspannen kann. Hey, du musst nicht jetzt zwingend für dich als Anspruch rausnehmen, dass du jetzt den ultimativen 3D-Mix machen musst, wo alles seinen Platz hat. Nein, manchmal darf es auch einfach Matsche sein. Und wenn die Matsche dich schön in den Arm nimmt, bitteschön. Ich habe vielleicht so als Abschluss, weil wir, wir haben jetzt ja schon eine relativ lange Folge heute gemacht. Ich habe einen Videoschnipsel gesehen, irgendwo auf Social Media, von Chris Lord LG, der im Studio sitzt, so vor irgendeiner Konsole, ganz typisch in seinem Bürostuhl und hat irgendwie halt so eine Horde von, weiß ich nicht, Studenten oder irgendwas halt in dem Raum sitzen und er sitzt da und sagt, so, the first thing, but the most important thing, fuck the mastering guy. Damit warst du schon raus aus dem Video. Und ich habe da gesessen mit meinem Handy und dachte, jetzt höre ich erst recht zu. Fuck the mastering guy. Was meint er damit? Ja, ich dachte jetzt, ich habe schon mal irgendwas gelesen von ihm. Mische so, als gäbe es kein Mastering. Ist doch, glaube ich, auch von ihm, ne? Kann man sein, habe ich das noch nicht gehört, aber klingt aber nach ihm. Irgendeiner von diesen, äh, von diesen Gurus. Aber Andrew Scheps ist ja, ist der Mastering-Guy auch egal. Ja, also irgendeiner hat den auch den Satz geprägt, mische so, als gäbe es kein Mastering, äh, bla bla. Ist ja auch erstmal gut. Total super, auf jeden Fall. Ähm, aber tatsächlich war es dann bei Chris Lord LG so, äh, die Meinung des Mastering-Ingenieurs ist mir scheißegal. Wo ich dann, wo ich so dachte, okay, äh, interessant, hörst mal weiter, so, was, was meint er jetzt damit, ne? Also, ja, wenn ich einen Mix da hinschicke und der sagt, ey, klingt gut, aber können es vielleicht, ist ein bisschen sehr hell oder ein bisschen sehr spitz, so, äh, sagt er so, ne, fuck off, ne, mach ich nicht, äh, der gefällt mir ja so, wie es ist, ne? Und dann musst du natürlich immer sagen, ähm, ich glaube, da ist eher ein Kommunikationsproblem da, als ein fuck the Mastering-Guy-Problem, ähm, was ja auch völlig okay ist, wenn ich jetzt, äh, wenn du mir einen Mix schickst und sagst, finde ich alles gut, aber willst du den nochmal reinhören, ich finde es ein bisschen sehr spitz, dann kannst du ja sagen, ne, finde ich in Ordnung. Ja, dann hast du die zweite Meinung, Punkt. Das ist ja auch völlig okay, dass du das sagst, aber das hat ja damit fuck the Mastering-Guy nichts zu tun. Ähm, äh, deswegen, ähm, ja, fiel mir gerade so in dem Zusammenhang, äh, irgendwie auf, also letzten Endes, ihr müsst natürlich immer alle so mischen, alles so machen, dass euch das gefällt und wenn ihr euch dann, ähm, das kennen wir ja, leider muss man auch sagen, manchmal, ähm, dass einige Leute sich dann von zehn verschiedenen Stellen eine Meinung holen, äh, dann kriegst du elf Meinungen von zehn Leuten. So ist es. Äh, äh, und am Ende stehst du vor der gleichen, äh, verschlossenen Tür wie vorher, weil, ähm, Geschmack entwickelst du nicht, indem du, äh, die Meinung von 20 Leuten versuchst, in deine Arbeit, äh, reinzuimplementieren, ne? Ja, und währenddessen deinen eigenen Geschmack komplett, äh, nach hinten stellst. Ja, genau, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber, damit wir, äh, euch jetzt mal in diesen, äh, wunderschönen November-Sonntag entlassen können, ja, wenn ihr es sonntags hört, könnt ihr es auch montags hören, ähm, dann wünsche ich euch auch einen schönen Wochenstart, äh, aber, äh, wir, wir möchten euch gerne entlassen. Ja. In den, in, äh, in den Feierabend und uns auch. Ähm, und ich würde sagen, schaltet auch in zwei Wochen wieder ein, zur Folge Nummer 67. So ist es. Mal gucken, was für ein Mikrofon wir dann haben, äh, wenn der, äh, liebe Jonas folgendes sagt. Man kann, was man will, wenn man will, dass man kann. In diesem Sinne. So nämlich. Bis in zwei Wochen. Jetzt hab ich gar nicht mehr über die CT gesprochen, dass ich's in den Leserbrief von der CT geschafft hab, aber das mach ich nächstes Mal. Ja. Das ist mir wichtig. Du hast gar nicht jass, was du gesagt hast. Du hast ja das Schuss gesagt. 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 Vielen Dank.